Der Bücherflohmarkt in den Schweriner Höfen ist jedes Mal ein Garant für großen Andrang in der Einkaufspassage. Schon vor Eröffnung stehen die Leseratten Schlange, denn es gibt 8.000 bis 10.000 Bücher aus dem großen Fundus der Stadtbibliothek zum absoluten Schnäppchenpreis. Der Erlös geht an Leseförderprojekte für Kinder wie die Aktion Lesestart oder Lesen macht stark. Parallel werden Bücherspenden angenommen und das sind jedes Mal fast so viele, wie Bücher verkauft werden. Der nächste Bücherflohmarkt findet am 4. und 5. März in den Höfen statt. Dazwischen gibt es auch immer kleine Flohmärkte direkt in der Stadtbibliothek.